So, hi und hallo mal wieder. Ja, ihr habt richtig gelesen und ja, ihr seht richtig, gerade beim Einkaufen in Ditt. Ihr könnt wieder euer Geld für ein LTB ausgeben, wenn ihr wollt. Und zwar das lustige Taschenbuch Spezial Nummer 94, Reise nach Fernost, für rund 9,95 Euro, also 10 Euro. Für 10 Euro kriegt ihr 512 Seiten LTB-Spaß. Ja, das habe ich gerade erst in Deckbahn einkauft, aber mir gefiel sofort das Cover. Aber, ich weiß nicht warum, aber das ist ein schönes Bild. Ja, doch, das gefällt mir. Ich weiß nicht warum, aber es hat was. Die Reise nach Fernost. Deswegen, ich habe es mir gerade erst geholt, mache aber sofort ein Unboxing, dass es eben da ist. Wie gesagt, ich habe nur ganz kurz reingeblättert und muss aber sagen, die erste Geschichte. So, ich hoffe, ihr könnt die Seiten, die Geschichten lesen. Die erste Geschichte gebe ich echt zu. Die gefiel mir absolut gar nicht. Ja, aber das hat was mit dem Geschmack zu tun. Der eine mag es vielleicht, der andere nicht. Deswegen will ich auch da jetzt nicht drauf mehr eingehen. Ich will es nicht spoilern, weil das macht man einfach nicht. Gerade bei LTBs. Wie gesagt, der eine mag die Geschichte mit Donalds, der andere weniger. Der andere findet das Asiatische schön. Deswegen, ich fand die Geschichte irgendwie... Wie soll ich das sagen? Nicht glaubwürdig, nicht witzig genug. Auch noch Humor fehlte. Meine Seite weiß ich also... Ich kann es nicht sagen. Die erste Geschichte gefiel mir nicht. Die anderen Geschichten, wie gesagt, kann ich noch nicht zu sagen. Sind aber, wenn man so jetzt überschlägt, ein bisschen was liest, die Bilder dazu sieht, witzig und humorvoll. Da, ja, es ist was witziges bei Humor, spannendes. Wie gesagt. Oh, ja. Der Elefant, ja, eine alte Comicgeschichte. Aber wie gesagt, ich wollte nur mal wieder was von LTB machen, weil ich kriege andauernd in die Kommentare, mach doch mal wieder was. Neue LTBs sind da und, und, und. Ja, ich weiß es. Aber teilweise sind die auch nirgendwo richtig. Was ist das denn für ein LTB-Buch? Das ist... Ah, eine Spezial Edition, wenn ich das bestelle. Ne, das kommt ja bei mir sowieso nicht in Frage. Aber nichtsdestotrotz. Ich wollte euch einfach nur zeigen, ihr könnt wieder euer Geld für ein LTB ausgeben. Genauer gesagt, für das lustige Taschenbuch Spezial 94 Reise nach Fernost. Ich kann es und werde es nicht spoilern. Ich kann nur sagen, die erste Geschichte gefiel mir nicht so. Aber wer diese schon hat, komplett durchgelesen hat, schreibt es mir und alle anderen Zuschauern, natürlich in die Kommentare. Wie gefällt es euch? Seid ehrlich. Könnt ihr es weiter empfehlen? Weil jeder hat einen anderen Geschmack. Vielleicht schreibt ihr mal wieder einen längeren Kommentar dazu. Irgendwas. Aber nichtsdestotrotz. Ich kann nur meine Meinung abgeben. Und die zählt ja am wenigsten. Ich wollte ja, wie gesagt, nur zeigen, dass es da ist. Wo ihr es aber sicher und bequem bestellen könnt, kennt ihr mich, verlinke ich unter dem Video. Teilweise auch etwas günstiger. Wie, genauer gesagt, 10 Euro. 512 Seiten. Aber nichtsdestotrotz, es ist da. Ihr schreibt mir jetzt alle eure Kommentare. Wie ihr es findet, was ihr davon haltet, habt ihr schon. All das könnt ihr, sollt ihr. Für mich und alle anderen Zuschauer. Ich verlinke euch das unter dem Video. Und sage deshalb, wie immer, bleibt gesund, guckt hin und schaut zu. Bis zum nächsten Mal.